Schnell, schnell, muss mich beeilen. Speedy. Was gibt's denn, Bazzi? Los, komm, wir gehen heute in die Werkstatt. Ich will dir zeigen, was mit Autos passiert, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Okay, ich komme. So, da bin ich. Wo ist denn diese Werkstatt? Jetzt bin ich aber gespannt, was du mir heute zeigen willst. Los, fahr mir nach. Oh, was ist denn mit dem Reifen passiert? Das Auto ist bei Glatteis von der Straße abgekommen und hat sein Rad verloren. Bei Glatteis darf man nie schnell fahren. Und was ist diesem Auto passiert? Er hat nicht genug Abstand zum vorderen Auto gehalten. Und als es gebremst hat, ist er ihm aufgefahren. Dabei ist sein Kühler kaputt gegangen. Zu dumm. Genug Abstand zu halten ist wichtig. Und dieses Cabrio ist wohl zur Inspektion hier. Ja, außerdem ist ja gerade Winter. Da ist es nicht so klug, mit einem Cabrio zu fahren. Im Frühling und Sommer macht Cabriofahren viel mehr Spaß. Oh, Bussi, schau mal. Dieses Auto hatte wohl einen ganz schlimmen Unfall. Nein, Speedy. Dieses Auto wurde noch gar nicht zusammengebaut. Na, dann lass uns das doch machen. Dann wären wir ja Superhelden. Klar, warum nicht? Wo sollen wir anfangen? Wir fangen mit der Karosserie an. Jedes Auto braucht einen Motor. Und der kommt unter die Motorhaube. Speedy, schau mal, was ich gefunden habe. Das ist das Audi-Logo. Hier sind die Scheinwerfer und die Windschutzscheibe. Die Seitenspiegel. Und die Rückleuchten. Schau mal, hier ist der Tankdeckel. Klasse. Die Rückscheibe. Das sind Teile für den Innenraum. Die Konsole für die Gangschaltung. Die Sitze. Für den Beifahrer und den Fahrer. Und zum Schluss noch die Rückbank. Jetzt sind die Räder dran. Der Reifen kommt auf das Rad. Und dann ans Fahrgestell. Hier ist der zweite Reifen. Der dritte. Und der vierte. Ich habe das Lenkrad gebracht. Es funktioniert. Jetzt können wir den Innenraum ans Fahrgestell montieren. Gleich mal testen. Achtung, Bazzi. Jetzt du's, Speedy. Echt klasse. Echt klasse. Und zum Schluss. Kommt die Karosserie drauf. Sieht gut aus. Alles scheint zu funktionieren. Mal sehen, wie der Audi fährt. Klasse. Wir haben's geschafft. Wir haben ein Audi zusammengebaut. Ja, wir sind Superhelden. Los, lass uns Fotos machen.